Zu lernen ist in vielen Ländern leider nicht so selbstverständlich wie in der Schweiz. Wir verhelfen Kindern zum Schulbesuch, damit sie später einmal werden können, was sie möchten. Um Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen, versorgt SOS Kinderdorf Partnerschulen wie hier in Gode in Äthiopien mit Möbeln und Material für den Unterricht. Denn unbequem und ohne Bücher, Stifte und Co. ist guter Unterricht kaum zu machen. Zudem fördert SOS Kinderdorf die Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Denn nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene können etwas dazulernen. Wenn ein Kind den Schulbesuch unterbrechen muss, bietet SOS Kinderdorf Nachhilfe an, um Lernlücken wieder zu schliessen. Um den Schulbesuch von Kindern zu ermöglichen, holen wir auch die Eltern an Bord. Bei Elternabenden spricht SOS Kinderdorf mit ihnen darüber, wie wichtig die Schule für die Zukunft ihrer Kinder ist. Und dass Kinder auch das Recht haben, zu spielen und sich zu erholen. So bereitet SOS Kinderdorf Kinder und Jugendliche auf ein gutes, unabhängiges Leben vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017